so sicher wie laub im herbst und spaß beim kegeln gibt es heute wieder hüte zeitreisen und veraltete witze auf dem abspielgerät eurer wahl heute ist der 13 5 2017 und vor 100 jahren ist der 13 5 1917 liebe zeitreisende ich bin silke und nach mir hört ihr harald klotwig steffen und luis in der 64 ausgabe des vor 100 podcast ja hallo hier ist der luis und der steffen hallo liebe zeitreisende herzlich willkommen zur 64 folge danke silke ja wir fangen gleich an mit der strukturierung der folge ja genau wir werden als luis und steffen heute in der ganzen folge über die zeit von vor 100 jahren reden harald und klotwig gibt es heute nicht da überlegen wir uns wie wir weiter vorgehen weil die beiden haben sich so ein bisschen zu stritten und wir müssen auch gucken wie wir weiter vor ja wir müssen da erst mal gucken dass die sich wieder verstehen die harmonie ist gestört ja in unserem team genau genau aber vorher kommen noch hausmeister themen von zwei minuten richtig struktur erst hausmeister themen und dann steffen und luis über die zeit von vor 100 jahren und diesmal liebe zeitreisende habe ich tatsächlich wieder meine eieruhr parat steffen liebt seine eieruhr ich liebe große sie jeden abend ich stelle sie auf zwei minuten exakt zwei minuten wie das mit so einer mechanischen eieruhr ja immer der fall ist gerade bei diesem qualitätsprodukt aussehen wo hast du die noch mal gekauft den habe ich bei dir beim baum schulen weg da so gekauft in so einem euro shop genau die eieruhr aus einem euro laden ja okay hausmeister themen wo sind wir steffen wir sind diesmal bei mir beim plänterwald nicht in plänterwald aber beim plänterwald genau hausmeister themen sind auf zwei minuten begrenzt durch die eieruhr weil podcaster reden gerne über sich selber und deswegen machen wir diese zwei minuten aktion um uns da selber zu begrenzen weil wir ja über die zeit von vor 100 jahren reden wollen und die hausmeister themen nehmen wir tatsächlich am 30 vierten schon auf morgen ist der erste mal ja langes wochenende yippie und wir haben uns getroffen schon waren waren joggen richtig haben dabei über die folge geredet wie wir das machen werden und haben also auch schon sport gemacht das ergebnis hört ihr auch gleich im anschluss ja und dann ist uns noch aufgefallen bei patreon haben wir die letzten drei folgen vergessen reinzustellen das läuft ja mal so bei patreon dass man entweder pro monat oder pro folge das kann man sich aussuchen wir haben pro folge genau so ein beitrag bekommt dann von den patreons patreonen wir haben zwei patronen vielen dank dafür ich weiß gar nicht wie man die nennt und ja wir haben vergessen die letzten drei folgen reinzustellen weshalb wir sozusagen nie geld bekommen wir haben es jetzt einfach so gemacht ist jetzt auf unser miss gelaufen wir haben jetzt einfach nachträglich reingestellt aber nur einmal abgerechnet sozusagen und die anderen beiden haben wir zwar auch gut reingestellt bei patreon aber halt nicht diesen haken gesetzt dass das als wichtig richtige folge zum bezahlen genau das heißt eigene blödheit mal schauen gut das waren die hausmeister themen ja und ich würde auch sagen wir beginnen mit den themen die 100 jahre alt sind doch noch mal ein kleiner cut denn wir haben noch etwas vergessen luis wir haben feedback ja wir haben uns sehr gefreut und das spielen wir jetzt gleich in folge ein ja da haben wir es ja guten tag ist der martin aus karlsruhe ich habe gerade eure ausgabe 63 gehört und habe das vom kronprinzen pokal also der lief bis 2011 auf jeden fall unter dem namen länder pokal wenn er bei wikipedia einfach mal länder pokal eingeht dann seht ihr die siegerlisten bis 2011 das war dann zum beispiel bei den frauen rheinland bei den herren waren es 2010 mittelrhein an den namen erkennt man schon dass es nicht nach bundesländer ging sondern nach den landesverbänden des fußballverbandes beispiel baden-württemberg da gab es natürlich da gibt gab es falsch da gibt es immer noch sozusagen den badischen fußballbund oder wie der genau heißt also es gibt einen badischen verband und württembergischen verband dementsprechend gab es natürlich eine badische mannschaft und eine württembergische mannschaft und in dem artikel wird sich dann auch bezogen auf diesen kronprinzen pokal also länder pokal wäre der richtige suchbegriff ansonsten vielen dank für eure sendung gefällt mir sehr gut auch wenn ich nicht unbedingt alle meinungen teil macht weiter so und vielen dank ja vielen dank für dieses feedback wir haben ja gesagt und man kann uns gerne feedback senden an den anrufbeantworter mit der nummer die wir am ende der folge mal haben wenn ihr euren namen nicht ansagt dann gehen wir davon aus dass wir euch einspielen dürfen ja dazu noch mal also eine richtigstellung zum kronprinzen pokal vielen dank an dieser stelle vielen dank und danke fürs hören ja dann kommt tatsächlich die kommen tatsächlich die thema von heute vor 100 jahren bargeld zu hause anzusammeln und liegen zu lassen ist töricht wegen der gefahr des abhandenkommens und wegen des zinsverlustes zwecklos weil in zweijähriger kriegsdauer der untrügliche beweis erbracht ist dass man im bedarfsfalle gegen kriegsanleihe immer geld haben kann schädlich für die allgemeinheit weil unsere feinde aus der verzagtheit schwachmütiger stets von neuem die hoffnung schöpfen uns unterzukriegen was folgt daraus klug vorsichtig und nützlich handelt nur wer sein ganzes geld in kriegsanleihe anlegt das das waren das haben wir uns nicht ausgedacht sondern das war gerade eine zeitungswerbung für die zeichnung der neuen deutschen kriegsanleihe und zwar der sechsten deutschen kriegsanleihe die am 15 märz begonnen hatte wie viele kriegsanleihen gab es denn da luis na wie gesagt das war die sechste ja aber also so ungefähr noch haben wir da nur noch mit einer zu rechnen war das so die letzte da kommen da noch ein paar da kommen noch ein paar was würdest du schätzen wie viel ist eine kriegsanleihe das ist sozusagen ein wertpapier was man bekommt wenn man der regierung geld gibt die regierung verspricht dafür zinsen wie viel zinsen fünf prozent fünf prozent zinsen ja genau bis wann und zwar die sind die laufzeit ist bis 1924 herzlichen glückwunsch also wir wissen dass eine kriegsanleihe 1917 gezeichnet ist bis 1924 eine hervorragende redite gebracht gebracht hat wahrscheinlich ja weil nicht genau warum steffen werden noch über inflationen reden ja es gab ja die große inflationen gelten wertung und sind natürlich diese anleihen allerdings mehr wert gewesen also man hat das geld schon wieder bekommen was man dort eingezahlt hat nur es war halt wesentlich weniger wert passend dazu ich lese gerade von erich maria remark der schwarze obelisk spielt auch in der zeit der der inflation ja aber vielleicht können wir noch mal sagen dass es zumindest historisch sich nicht ausgezeichnet hat kriegsanleihen zu zeichnen wobei ja die gründe anscheinend für den ein oder anderen schon schon recht wichtig waren dazu darin zu investieren sicherlich nicht nur aus eigenem vorteil um daraus geld zu kriegen ja also das gab einen unfassbar großen propagandafeldzug die jede kriegsanleihe begleitet hat und dort wurde halt gesagt man muss die soldaten an der front unterstützen man darf man muss sein volk unterstützt man darf nicht zurückgehen man muss sein geld übergeben weil wie wir ja quasi gesehen haben wenn man das zuhause behält kann es ja abhanden kommen das eigene geld und das will man ja nicht das will man ja nicht und man schadet ein eigenes volk also besser das geld der regierung übergeben weil die weiß ja viel besser was was damit zu tun ist hat sich ja dann auch mit 100 100 jähriger sicht auch als nicht wahr also genau also wenn die regierung euer geld möchte und ihr habt die wahl nein zu sagen finde ich sollte man erst mal nein sagen genau erst mal skeptisch sein also du hättest keine kriegsanleihe gezeichnet würdest du denn denken wenn jetzt merkel sagt wir müssen in afghanistan demokratie bringen und dafür muss die bundeswehr nach afghanistan und jetzt zeichnet eine afghanistan anleihe kriegsanleihe jetzt sofort würdest du da sagen und ihr kriegt fünf prozent dafür rendite oder sagen wir mal sogar sieben was ja wesentlich mehr wäre als jetzt aktuell im festgeldkonto ich würde twitter öffnen und einen shitstorm auslösen also du würdest es nicht geben nein erhältst du das grundsätzlich heutzutage für möglich dass eine kriegsanleihe dieses konzept ich führe einen krieg und rufe die bevölkerung zum spenden auf für diesen krieg dass das erfolg haben könnte jetzt also in der jetzigen situation würde ich sagen so in dem maße nicht mehr also wenn wenn jetzt merkel aufrufen würde ich glaube ganz viele würden ähnlich denken wie ich würden sagen macht was anderes aber nicht das ich bin der meinung dass das genauso funktionieren würde wie vor 100 jahren der mensch hat sich nicht verändert wir haben nur wie du gerade gesagt hast du hast völlig recht die situation ist nicht die gleiche also wenn man jetzt morgen eine kriegsanleihe einführt dann haben wir ja nicht das was 1917 war weil wir müssten erst mal mehrere millionen deutsche ins militär stecken und an irgendeinen furchtbaren schützen graben und dann sieht die situation ja ganz anders aus weil wenn du jetzt drei söhne hättest die wir natürlich nicht haben und die sind alle an der front und kämpfen und sterben dann möchte man ja irgendwie auch alles dafür tun dass die leben wiederkommen und dann ist so eine kriegsanleihe doch ganz attraktiv auf einmal aber durchs video richtig gesagt dass wir haben diese drei söhne nicht nein zusammen und ich habe ja nicht gesagt das könnte auch jeder für sich ganz ganz seltsam ich sehe schon wieder höhere post eintrudeln ich meinte ich meinte jeder für sich so aber ich denke auch dass das bis es zu so einer situation wieder kommen kann da gibt da muss auch noch einiges passieren das würde nicht in den nächsten zwei drei jahren möglich sein also man müsste einen irrationalen phantasten als präsident werden zum beispiel ja vielleicht ein populisten ja der der nichts von fakten hält und nur das glaubt was man im frühstücksfernsehen sieht ja ungefähr dass ungefähr das ja jedenfalls in anderen ländern vielleicht also ich wollte auch den punkt die schweifen ab auf den punkt sozialdruck hinaus und wie hier klingelt irgendwas steffen was klingelt ja ich habe natürlich mein festnetz nicht abgestellt luis ja genau das ist halt jetzt podcast live ich würde sagen wir warten jetzt das telefon einfach ab und reden weiter weil ich habe ein thema gegen das das telefon nicht beteiligen kann bestimmt ein hörer der anruft wir haben ein neues chemiewerk in leuner warum ist das wichtig das ist wichtig weil wir schon mal über über diesen herrn uns unterhalten haben den es auch mit betrifft nämlich den den harber den harber fritz harber genau der hat der hat was der hat fritz fritz harber genau und der war maßgeblich daran beteiligt dass giftgas eingesetzt wurde auf deutscher seite richtig das haben wir in unserer folge die gelbe wolke auf die wir gerne verweisen folge 20 richtig und in dem rahmen hat hat er sich auch seine frau umgebracht sehr sehr interessante geschichte bevor er aber das giftgas zu den soldaten gebracht hat was mal so zu formulieren hat er das harber bosch verfahren entwickelt was wir auch schon mal beschrieben haben falsch und so ein podcast ich habe schon mal richtig gestellt ich habe glaube ich hatte mich dann wieder total verhandelt aber ja es ging großteils darum ammoniak erstellen zu können genau weil ammoniak dass wir machen das ganz einfach und danach reden wir nicht mehr drüber also ammoniak braucht man für zwei sachen zum düngen von feldern und für sprengstoff ja so das hat man vorher als irgendwo immer aus vogelscheiße gewonnen die in irgendwelchen tropischen inseln liefern das ist glaube auch aus chile ja irgendwo da jedenfalls man muss so mit dem schiff ganz lange fahren und diese vogelscheiße irgendwie einsammeln das ist teuer aufwendig und im weltkrieg doof weil seeblockade 1913 dafür gab es auch ein chemiennobelpreis wurde ein verfahren entwickelt wie aus luft und kohle man braucht luft wasser und koks und 500 grad und hohen druck und noch eisen und dann kommt dann flüssiges ammoniak gas raus wenn man das irgendwie zusammen kombiniert weil durch den hohen druck die teilchen sehr eng zusammen und dann hat es ist flüssig obwohl es eigentlich gas ist das klingt schon sehr explosiv und auch während dieser erforschung der technologie sind doch ist auch ein sind doch einige explosionen ja entstanden ist ein gigantischer durchbruch und die regierung hat auf der strecke frankfurt main berlin in leuner in der nähe von merseburg ein riesen industriekomplex eröffnet ja diese synthese durchführt und ammoniak herstellt basf kennt man ja heute ist da maßgeblich daran beteiligt und leuner das war ja immer die das gebiet der ddr wo die luft gelb war in den zeitungen richtig das weiß ich gerade nicht aber ich glaube die luft waren sehr vielen stellen in der ddr gelb ja das war das wollte ich hier auch nochmal erwähnen und dann haben wir noch eine andere meldung du hast ja gerade erzählt dass es so eine schöne gegend war wo man vielleicht auch nicht unbedingt sein urlaub verbringen müsste wir haben vor 100 jahren noch andere meldungen bezüglich des fernverkehrs aufgegriffen es gibt nämlich auch gegen wo man gerne hin fährt zum beispiel ich persönlich ich fahre sehr gern in münchen und zum bayerischen hochland und wenn ich da gern hinfahre gibt es ein verein dafür das ist der verein zur förderung des fremden verkehrs in münchen und im bayerischen hochland also förderung von fremden verkehr und der hat eine empfehlung abgegeben und zwar im sommer 1917 sollen bitte keine touristen nach bayern also um das noch einen moment der der verein zur förderung des fernen verkehrs in münchen sagt sie möchten keinen fernen verkehr haben ja macht sinn oder wahrscheinlich aus nahrungsmangel das ist wie wenn wir sagen würden hört keine podcast ja oder geht nicht ins internet ja so ungefähr aber gut damals hatten wahrscheinlich die leute auch angst dass die ganzen touristen kommen und den bayern das essen weg essen und das bier weg trinken genau darum ging es halt wirklich weil man merkt dass die lebensmittel wurden knapp und wenn jetzt touristen nach bayern kommen dann bleibt weniger essen für die einheimische bevölkerung übrig und die bayern haben versucht in berlin natürlich was die bayern immer tun sonderlocken auszuhandeln indem die mehr lebensmittel zugewiesen bekommen hat aber nicht funktioniert und deswegen empfiehlt sogar der eigene fremden verkehrsverband dass keine touristen nach bayern kommen übrigens fand ich sehr spannend am 24 4 1917 also fast heute vor 100 jahren in der britischen stadt ipswich habe ich eine schöne meldung gefunden da wurde nämlich der erste brotsparer bund gegründet das heißt mit mitglieder mitglieder dieses brotsparer bunds die geloben feierlich pro woche nicht mehr als zwei kilogramm brot beziehungsweise anderthalb kilogramm mehl zu verbrauchen ich fand das fand das war eine schöne meldung weil so so ein brotsparer bund hätte ich eigentlich deutschen reich erwartet aber schön schön dass es ein ipswitsch schwieriger name ja auch so ein brotsparer bund gibt hört sich aber irgendwie auch sehr britisch an die briten mögen auch solche vereine ja briten sind ist auch das land mit den größten vereinen für natur also beispiel es gibt vereine die die sich damit beschäftigen vögel in der natur zu beobachten und die haben in england millionen mitglieder also da sind die engländer immer ziemlich weit vorne dabei mit solchen vereinen das ist nicht nur deutsch ich glaube die usa hat auch so ein vogel vogel verbunden ja mit sehr vielen mitgliedern genau ja wir haben ja auch meldungen aus dem chronik buch richtig und zwar mode unser lieblingsthema im vor 100 podcast wir reden ja nur über mode bis absolut und zwar es gab ja auch also die mode der weltkrieg hat sich auf allen beeinflussen des lebens dramatisch ausgewirkt und auch auf die mode ja was was sollte da die frau heute vor 100 jahren zu machen duis also erst mal recycling aus alt mach neu umarbeiten aus alten gewändern neue mode gestalten da wurde zum beispiel aus veralteten gesellschaftskleidern ein kittel kleid gemacht ein einfaches und dann ist wahrscheinlich auch wieder so sozial druck also ich wette das war dann so man hat seine alten kleider die man eh nicht wollte man wollte jetzt allen zeigen wie toll man die eigenen soldaten supportet und da hat man dann das olle kleid genommen daraus so einen mega hässlichen kittel draus gemacht umso hässlicher umso besser und ist damit rumgelaufen hat allen erzählt wie toll man doch die eigene sache unterstützt indem man alte kleider verwendet ja dann natürlich blanke not ist sicherlich auch noch mit rein ja tante ingeborg unterstützt die leute indem sie aus ihren alten kleidern ein kittel macht genau es gibt nämlich eine reichskleidungsstelle in berlin warum auch nicht und die hat natürlich was macht so eine reichskleidungsstelle eine kleiderordnung natürlich und die möchte den verbrauch von webwirk strick und schuhwaren halt einschränken weil die ressourcen halt für den krieg genutzt werden sollen das finde ich halt auch sinnvoll weil sowas muss ja auch koordiniert werden das sind ja auch wichtige stoffe dem die die es im krieg halt zu koordinieren geht ja alles ressourcen die man irgendwie einplanen muss ja absolut jedenfalls ja und dem und die neuen bestimmungen besagen eine frau hat grundsätzlich zwei alltags und ein sonntagsgewand außerdem ein kleiderrock zwei blusen ein winter und ein sommermantel drei schürzen und ein paar winterhandschuhe und sechs taschentücher nicht sieben sechs taschentücher natürlich damals stofftaschentücher ja kann eklig werden wenn man heuschnupfen hat aber gut und was fehlt also es gibt ein modischen gegenstand der nicht von den bestimmungen betroffen ist kannst du noch mal bitte wiederholen also also handtücher denn denn röcke blusen mantel schürzen schuhe taschentücher stiefel hüte ja richtig hüte fehlen noch lediglich hüte und andere kopfbedeckungen unterliegen nach der neuen verordnung keine beschränkung also konnte man sich bei hüten richtig austoben ich möchte diesen satz so wortwörtlich vorlesen wie er hier in diesem chronik jahrbuch drin steht so können sich die frauen zumindest mit einer beliebig großen kollektion von trauerhüten eindecken für die in den deutschen zeitungen lebhaft geworben wird das finde ich makaber und leider nicht lustig es gibt wenn man das berliner tagblatt mal durchguckt dann gibt es immer mal wieder stellen von von mode zeitungen und das ist tatsächlich so dass dann in den zeitungen zeit also zeichnungen angefertigt wurden von welchen hüten also so so kann man sich das damals vorstellen dass zeichnungen von den hüten fertig gemacht wurden fertig gestellt wurden und zum beispiel auch das kdw hat er regelmäßig inseriert und die aktuelle hut kollektion da vorgestellt als zeichnung genau noch einen abschließenden punkt also wer von euch lieben zeitreisenden auf die nächste vor 100 party geht wo dann quasi nur mode von 1917 getragen wird wer kennt diese party ist nicht der sollte sind legendär der sollte ballon mützen tragen wie kann ich mir das vorstellen also wir können ja also ich habe ein bild und das sieht also das sieht aus als wenn man ein turban mit einem korb verheiratet das ganze ziemlich groß macht ja genau so und aufsetzt sich aus also ich setze mir erst beim picknickkorb auf und und den picknickkorb und wickele ich mit dem mit turban so sieht es aus es sieht doch aus als ob die frau den falsch herum an hat ja so sieht eine ballon mütze aus also wirklich sehr groß imposant und wie soll ich sagen sehr anders liebe zeitreisende ihr könnt ja mal in die suchmaschine eures geringsten missvertrauens ballon mütze nicht ballon gut ballon mütze ich würde das als sehr individuell bezeichnen höflich ja auf einer vor 100 party würdet ihr aber nicht auffallen es wäre völlig normal ihr werdet die allergrößten ja so genau und dann haben wir ja noch gesehen dass man im schützengraben ganz andere mode trägt ja da haben wir ja ein bild und nicht nur wir haben nicht nur ein bild das ist eines der ikonischen bilder des weltkrieges also wenn man bild weltkrieg eingibt kommt dieses bild garantiert und das erschienen heute vor 100 jahren in der in der münchener illustrierte und das ist ein reiter und dieser reiter hat ein speer in der hand eine gasmaske und das ist einfach so sinnlos und dieses pferd er sitzt halt auf einem pferd und dieses pferd hat es gibt tatsächlich darstellungen mit pferden also pferde mit gasmaske dieses hat keiner auf das ist halt einfach so absurd dass so veraltete technologien wenn ich das mal bezeichnen darf als technologie pferd und lanze mit sowas neumodischen wie einer gasmaske und einem gewehr zusammenspielt ja also sind ein typischer deutscher soldat mit stahlhelm und gasmaske mit lanze und pferd und das ist so total ruhig das hat sogar was idyllisches was beruhigendes dieses bild aber da ist was total falsch das sieht ganz ganz grotesk aus ja also was was mir auf jeden fall ins auge sticht sticht dass diese gasmaske das passt nicht genau wir werden das verlinken und das spricht auch sehr sehr stark für diesen krieg also wenn ich jetzt drüber nachdenken wenn ich überlege am du hast halt diese u-boote diese flugzeuge diese panzer das ist für mich dass die moderne in diesem krieg diese technologische moderne komponente das dafür steht für mich die gasmaske die diese reiter an hat und du hast da die vergangenheit die die diese diese dieser sperr und dieses dieses hotte hü fährt auf dem da drauf sitzt und das sind halt für mich diese monarchien die gegeneinander kämpfen diese diese adel dieses drei klassen wahlrecht was gerade reformiert wird das spricht sehr starkheit für diesen dass dieses bild sagt sehr viel über diesen weltkrieg aus doch das ist wir werden es verlinken gut zusammengefasst ja und ja was wollten denn eigentlich so die die männer im schützen graben die wollten ja eigentlich endlich mal frieden die wollten da raus die hatten gar keinen bock da drauf und so vor 100 jahren da gab es auf einmal eine kriegskonferenz in kreuznach in kreuznach ja da hast du was rausgesucht luis das ist ja etwas was wir zeitlang fordern aber kriegsziele richtig aber im rahmen der spd ist dass die spd kriegsziele fordert weil die hat ja dem krieg zugestimmt um halt das eigene volk nicht zu verraten aber ohne kriegziele von der regierung abzuverlangen was sie persönlich sehr unglücklich finden jetzt haben wir was völlig anderes jetzt haben wir das leider genau so wie man es als beobachter eigentlich ungern hat weil wir haben jetzt die konstellation dass das militär klare kriegsziele möchte und die zivile regierung und der bioma wie heißt der beetmann holweg das ist der reichskanzler genau der möchte keine kriegsziele weil er sagt wir müssen uns alle optionen offen halten und dann agil halt den frieden aushandeln das ist eine sehr sehr tolle eine sehr tolle ansicht also erst mal so weitermachen wie bisher und dann entweder haben wir gewonnen und dann können wir den gegner so richtig ausnehmen oder wir haben verloren und dann ja dann gehen wir klein bei genau die wir am 23 april im großen hopp quartier der obersten heeresleitung ohl abgekürzt in kreuznach das das kuhhaus in dem es war steht immer noch fangen wir mal an wir haben zwei pole einmal die zivile regierung unter beetmann von holweg und einmal die ohl und das und da sind die hauptprotagonisten lindendorf und hintendorf und ludendorf hindenburg und ludendorf richtig hindenburg und ludendorf so und die wollen klare kriegsziele weil sie haben sehr umfangreiche kriegsziele die auch große gebiet zu wechsel des deutschen reiches und eine europäische hegemoniaststellung rauslaufen und die wollen die festmachen und erst wenn die erreicht sind dass zum frieden verhandelt werden kann und halt der beetmann hohe weg möchte quasi sich alles offen halten ich finde das ja auch völlig völlig normal dass man in den krieg eintritt und dann kriegsziele hat ja aber für mich völlig absurd einfach einen krieg aus anzuzetteln und sich nicht mal genau vor augen halten was man was soll da eigentlich rauskommen bei jetzt vermischen wir aber zwei dinge meiner meinung nach ja weil klar man man sollte kriegsziele haben und wenn natürlich das kriegs hier ist weltherrschaft macht die sache auch nicht besser dann ist es leicht besser die klappe zu halten das müssen halt gut definierte kriegsziele sein ja also zum beispiel was ja gerne ist es schwierig ich fand es halt schwierig dass das quasi eine partei wie spd die eigentlich frieden möchte für den krieg stimmt ohne zu hinterfragen was soll eigentlich erreicht werden so meine ich das gut und die spd ist ja jetzt leider gar nicht dabei wir haben eine zivile regierung wo wo der beetmann holweg sitzt der schon sehr grenzfertig ist wir haben das ohl mit mit hintenbooten ludendorf und das sind militaristen phantasten die halt ja gerade der hindenburg wird vor 100 jahren so geflasht mit mit seiner schlacht von tannenberg und dann hat er jetzt auch noch vor kurzem da von falkenhayn abgelöst also der der ist sowieso gerade auf so einem großen siegeszug jeder feiert ihn gefühlt gerade dann reißen sich noch die ganzen zeitungen darum ihn zu interviewen zu dürfen hat ja so eine souveräne ausstrahlung aber wir gehen noch mal zurück auf dieses setting dieser kriegsziel konferenz von kreuznach das ohl würde die konferenz zivile regierung will sie nicht ergebnis es gibt eine konferenz und die gibt es auch genau da wo die ohl ist dass die nirgendwo hinfahren müssen wer ist jetzt der stärkere die ohl ist in meinen augen der stärkere genau die oberste heeresleitung also die hat es gerade das sagen also die zivile regierung hat offensichtlich gar nichts mehr zu melden das kann man sehen weil quasi der stärkere bestimmt halt auch wo die konferenz ist und dass sie stattfindet wenn der andere nicht in der lage ist sie zu verhindern und vor allen dingen auch nicht mal in irgendeine form von bedingungen stellen kann dann ist er eigentlich machte so und der betmann hohlweg dem ist das auch total bewusst dass er quasi als reichskanzler hier nichts mehr zu sagen hat gerade in dem land er er macht trotzdem mit weil er weil er sich wegen so einer laparie auch nicht aus dem amt jagen möchte der kann das fast also der findet es richtig absurd regelrecht aber bevor wir glaube ich dahinten sollten wir erstmal mal festlegen was wurden jetzt da wurden kriegsziele festgelegt die frage wäre jetzt welche ich würde jetzt mal vermuten es hat auf jeden fall was mit belgien zu tun ja bei das ja immer noch nicht genau geklärt was jetzt mit belgien eigentlich ist das ist vor hundert jahren immer noch besetzt von dem deutschen reich also große weite teile dann was ist mit polen da gibt es einige ziele glaube ich zwar dass polen sich selber verwalten soll und das ich glaube man möchte auch mit polen gar nicht so viel zu tun haben also polen möchte man sich selbst überlassen so ein bisschen habe ich den eindruck also du hast es schon sehr gut angefangen und du hast es sehr gut gesagt belgien und polen sind die wichtigsten forderungen der deutschen für einen frieden also die also diese beiden sind die hauptstreitpunkte habe ich gut geraten genau so wirklich hat sie super geraten richtig genau und was was so mit frankreich ist und so das wurde da nicht besprochen also wann wann dieser krieg offiziell zu ende sein soll ja wenn die anderen aufgeben oder wie nee und zwar also kurland und litauen sollen annektiert werden das ist quasi die town so weil damals also in riga haben vor 100 jahren waren 13 prozent der bevölkerung deutschen und die wollten die haben das als deutsches gebiet gesehen was aber nicht stimmt weil so eine kleine minderheit deutscher war genau polen sollte es sollte ein größerer polnischer grenzstreifen zu deutschland gehören und halt das was übrig blieb von polen sollte unter deutscher vorherrschaft stehen dass man auch nur noch osten hin erweitern kann ja dass wir dann belgien und zwar belgien sollte zu einem puppet also zu einem puppenstaat geschmiedet werden also dass sie sich zwar selber verwalten können aber eher so unter der herrschaft von deutschem reich oder wassalenstaat und lüttich die küste mit prügel wäre deutsch weil da möchte die marine stützpunkte gegenüber von england aufbauen ja verständlich dann wäre luxemburg und dann das frankreich was auf der westgrenze von luxemburg so ein kleines zipfelchen wäre auch in deutschland ich meine das ist ja auch größtenteils schon eingenommen worden und grenzverbesserung in elsa und notring was halt hier auffällt ist dass frankreich verhältnismäßig in ruhe gelassen wird die müssen zwar ein bisschen was abtreten aber das ist ungefähr ein prozent ihrer gesamtfläche halt belgien werden belgien wäre quasi einfach sei deutschlands und auch polen das sind die kernaussage des kreuznacher programms was deutschland betrifft das finde ich schon ich finde das ist also moment ich finde das ist eine harte aussage weil wenn man sich an wenn man sich 1914 zurück ruft in erinnerung dann hatte belgien da nie so richtig was zu tun mit dem grund und jetzt in den krieg einzutreten man hat einfach man wollte ja gegen frankreich vorgehen und hat halt in kauf genommen derzeit die soldatentruppen über belgien schicken zu müssen einfach weil es eine abkürzung ist ja das heißt belgien war einfach nur zur falschen zeit am falschen ort richtig mal diese metapher zu gebrauchen und jetzt ist aber belgien auf einmal ja das ist jetzt ein kriegsziel von uns dass das jetzt ein fassalen fassalen statt wird ja ja genau das ist ich denke mal dass das hat mit den zwängen zu tun also es wurde auch politisch beschlossen dass man frankreich nicht zu sehr beschneidet weil man hat ja schon elsa slothringen und es macht auch keinen sinn die gebiete von frankreich quasi zu anektieren mit dieser verhassten verbitterten bevölkerung aus deutscher sicht gleichzeitig muss man ja irgendwas kriegen weil man muss ja für die ganzen toten irgendwas haben was zu rechtfertigen das ist ja das ganze problem bei der friedensschließung im ersten weltkrieg dass jede seite umfangreiche ziele erreichen möchte und muss weil sie ja zu hause rechtfertigen muss warum jetzt bitte wie hier sind in england gestorben mittlerweile da haben wir auch eine meldung zu 450.000 ne 370.000 soldaten sind bis jetzt gestorben das sagt die sagen die britischen versicherungsgesellschaften die dann auch dafür zuständig sind die renten auszuzahlen und für diese 370.000 nur tote soldaten plus noch mal verwundete und psychisch geschädigt tätete muss man ja was vorweisen können zu hause und das ist das kernproblem die deutschen wollten ja frankreich im westen nicht groß beschneiden obwohl halt hier eine fläche in luxemburg und und in der nähe von nancy kleinere streifen das sind schon große gebiete das darf man auch nicht auch nicht so herabwürdigen das sind schon massive gebiete die dann ins deutsche reich übergehen da gab es im westen nichts weiteres als belgien was man quasi sich dann annektieren konnte so so denke ich mir ist ja auch vom wahrscheinlich vom verwaltungsaufwand wenn man das jetzt mal so betrachtet auch mit geringen aufwänden verbunden bei belgien da bist du ja mittlerweile schon seit 1914 drin hast mittlerweile geschafft so eine quasi ersatzregierung da zu schaffen mittlerweile sind die leute auch schon naja sie sind na doch sie sind schon daran gewöhnt dass sie dich als besatzer haben und es ist halt strategisch zutiefst sinnvoll wenn man sich das anguckt die mussten ja vorher extra belgien erobern damit die sinnvoll auf paris konnten weil die direkte grenze zu frankreich die an baden angrenzt war ja sehr stark befestigt und wenn man jetzt belgien hat ist die französische grenze wesentlich länger und man ist wesentlich näher am paris und kann jederzeit wesentlich schneller und effektiver auf paris zustoßen hat quasi frankreich auch unter kontrolle ich wette dass auch das ein aspekt der planung war und wo du das gerade sagst dass der belgien dass das der deutsche in belgien einmarschiert ist das war ja auch ein hauptgrund warum die briten auf einmal mit in den krieg eingetreten sind was auch ein schwerer fehler war also diese ganze belgien rape of belgium das sind die deutschen die wieder losgeworden sind und das auch völlig zu recht weil das war ein verbrechen einfach dieses kleine land zu überfallen nur weil es im weg ist ja aber das genau das würden sie sicher jetzt auch dann dann dass das also dieses problem wäre dann auch weg weil dann könnten sie einfach das nächste mal gegen frankreich wenn sie das nächste mal gegen frankreich vorgehen wollen könnten sie einfach über belgien laufen und dann wäre der brite nicht mehr da und würde sagen hey das geht es für mich ja also wenn deutschland den krieg gewonnen hätte hätte ist so wie im osten als auch im westen gebiet zu wechsel gefordert frankreich in belgien werden puppets also die puppets also wasalen staaten gewesen mit erheblichen gebiet zu wechsel auf deutscher seite und litauen das cool land das ist so ein kleines gebiet zwischen ehemalig aus preußen und litauen und verschiedene französische flecken wären wären auch deutsch geworden so hätte eine europäische nachkriegsordnung unter deutschland ausgesehen mit deutschland halt als große hegemen nein macht was das ziel war vor allen dingen die wollten langfristig im osten wie im westen ihre grenzen sichern das war das ziel der deutschen regierung dazu gehört hat belgien aus ihrer sichtweise dann gut auf frankreich zustoßen können und halt die polnische ostgrenze als puffer zu russland ja das wäre das und es gab noch eine zweite konferenz mit österreich ungarn wo dann die ziele innerhalb der allianz der mittelmächte adjustiert wurden die würden wir aber in der nächsten folge besprechen apropos wo wir so von sinnlosen krieg reden wir haben noch eine meldung zur sommer offensive immer noch immer noch ja 6.5.1917 mittlerweile und die endet jetzt allerdings die sommer offensive und zwar die auf französischer seite und man hat ja ein geländegewinn von sechs kilometern auf einer strecke von 20 kilometern vorzuweisen ja herzlichen glückwunsch für hunderttausende tote ja wieder mal einer von unfassbarer weise wie scheiße sinnlos krieg ist die geht monatelang diese scheiß schlacht oder diese schlachten und dann hat man nur sechs kilometer auf einer strecke von 20 kilometer gewonnen ja also das ist schon mal wieder unfassbar und das machen die immer wieder und für jede offensive denken die ha 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 heute schaffen wir das also ich finde es das ist unbegreiflich was für ein verbrechen die führer der armeen und der gesellschaft an ihre eigenen leute begehen auf beiden seiten damit ja gut kommen wir noch mal zu was anderem du hast ja vorhin schon bettmann holwig erwähnt der reichskanzler vor 100 jahren und der hat übrigens etwas erlassen vor 100 jahren und zwar vor dem ersten mai denn der erste mai vor 100 jahren war auch schon tag der arbeit da sind auch schon damals die leute auf die straße gegangen haben demonstriert aber der bettmann holwig hat jetzt vor dem ersten mai gesagt nee jeder der streikt dass das darf nicht sein weil man würde ja dann die feindlichen mächte unterstützen vor allem wenn man streiken würde in kriegswichtigen betrieben bettmann holwig war der mit dem plankoscheck für österreich ungarn also der gesagt hat naja greift da an wir sind immer dabei der auch dann zum auslose das ganze schlau was mit beigetragen hat noch mal zur ergänzung so und ich finde das ist das ist ein mit der hintergrund hiervon da sehe ich ganz stark drin die also die die februar revolution in russland und das fing ja auch an mit so streiks in den rüstungsunternehmen stimmt das passt da habe ich gar nicht drüber nachgedacht aber das passt ja vielleicht hat ja auch angst dass es denn hier irgendwie zu revolutionen kommen könnte weil die situation im russland ist zwar schon anders als im deutschen reich vor 100 jahren aber nicht ganz so unterschiedlich auch auch im deutschen reich leiden die leute hunger und wenn dann hier anfangen die leute anfangen würden zu streiken wer weiß was denn passieren würde ist auch echt perfide weil mit der argumentation sabotage kannst du ja das kriegsrecht verhängen das heißt du kannst die leute standrechtlich erschießen lassen das heißt ein offizier könnte dann tribunal bilden mit ein paar anderen offizieren und dann sagen ja hier die sabotieren den krieg und die werden jetzt erschossen und es ist damit gedeckt genau und damit ja kam es halt zum ersten mal 1917 wo trotz des tags der arbeit sind die meisten deutschen betrieben die man gestreikt hat gut dann noch eine letzte meldung die fand ich einfach spannend louis meinte nach die ist doch nicht spannend ich fand sie schon spannend und zwar vor 100 jahren wurde der acht stunden tag eingeführt für eisenbahn mitarbeiter in den usa fand ich fand ich interessant ja gut dann sind wir eigentlich schon fast am ende angekommen wir haben noch einen kleinen teaser für die nächste folge und zwar werde ich wieder jemanden vorstellen aus diesem buch von max arthur last post post das war dieses buch wo jemand gesprochen hat mit alten veteranen aus dem ersten weltkrieg und dann sozusagen die interviews transkribiert hat und diesmal werde ich dann vorstellen den private albert marshall genannt smiler weil er immer so ein grins hat wie so ein honigkuchen pferd glaube ich als klein teaser er ist auch über 100 jahre alt geworden er ist 108 geworden um 1897 geworden und er ich fand schon er hat eine lustige geschichte aus sehr viele lustige geschichten aus seiner kindheit erzählt unter anderem wie er reiten lernte und zwar lernte er reiten auf einer ganz mit ungefähr zwei jahren da hat sein vater ihn auf eine ganz gesetzt und meinte denn ja die ganz hat es nicht ganz so toll gefunden aber sie haben beide festgestellt wenn wenn er denn der kleine junge rückwärts auf der ganz sitzt und sich beim vater festhält dann geht das also ich stelle mir das gerade vor man würde das heute machen ich glaube dass entsetzen der tierschützer wäre größer als die das 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 jugendarmt ist wobei man wahrscheinlich selber in knast kommen würde wegen tierschutzrichtlinien und sein kind würde das jugendarmt sowieso abholen dafür ich übertreibe gerade ich bin gerade ein bisschen aber stelle mir das gerade vor so ein dreijähriges kind auf so einen riesen ganz rauszusetzen also liebe zeitreisenden ihr kennt das sicherlich auch gänse das sind ziemlich große aggressive mistviecher ganz ehrlich die kann ziemlich aggressiv werden zwischen und ganz schön stark zubeißen ich fühle mich jetzt nicht bedroht von einer ganz aber die sind jetzt nicht ungefährlich und so ein kleines kind ja das weiß ich nicht würde ich jetzt nicht einfach so eine ganz draufsetzen ich würde behaupten beide werden sehr unglücklich mit dieser sache ohne es jemals ausprobiert zu haben und wie er das so beschreibt dass er reiten auf einer ganz das auf ein esel gelernt hat spricht hat auch bände wie die damals so gelebt haben wie das so getickt hat du hattest auch noch eine andere anekdote die fand ich auch ziemlich witzig naja klar die ganzen jungen hatten damals fahrräder und haben sich so orangen boxen an die fahrräder gehauen und sein älterer bruder hat ihn übrigens immer in die orangen box reingesetzt und sie hat ihnen mit mit zur schule genommen und als die schule vorbei ist und haben sich alle jungs denn auf die fahrräder gesetzt sind nach hause gefahren und haben auf dem weg nach hause die pferde apple von der straße eingesammelt und die in die orangen box reingepackt um einfach um zuhause dünger zu haben also schön die scheiße auch gesammelt ja naja war halt damals war halt damals wenn man halt wenn halt der dünger auf der straße rumliegt dann nimmt man den halt mit also quasi nach dem natten nach dem reiten der gänse hat man irgendwie scheiße aufgesammelt genau ja also man merkt sehr naturverbundenes leben die haben halt anders geteckt ein anderes leben gehabt als wir es ist sicherlich auch nicht verkehrt sehr verbunden zu sein mit seiner umgebung und ist auch eine form ja also wenn man so eine schaufel hat warum nicht scheiße einsammeln ich meine dünger braucht man ja ich würde ja meinen dass das meine großeltern vielleicht auch eltern das auch gemacht haben die pferde apple zum düngern genommen ja warum auch nicht macht ja sinn ich habe ja ich war schon mal in der grenze zu tibet im tibetischen kulturraum aber nicht in tibet selber darf man nicht rein sondern in so einer gegend wo nomaden gelebt haben in so hütten so ein bisschen wie die mongolen so die haben dann ihre jack herde gehabt sind dann 4000 meter höhe und so ein hochland da von a nach b gezogen und die haben halt auch abends mit scheiße gekocht die haben die scheiße ihrer jacks genommen und damit feuerchen gemacht und ich habe da auch übernachtet da und übernachtet wie hat hat wunderbar gestunken wahrscheinlich das hat gar nicht mal so gestunken es wirkte auch nicht so inhygienisch so zwar halt getrocknete scheiße aber das sah eher aus wie angebranntes gras also die jacks haben das irgendwie auch nicht so hundertprozentig alles verdaut ja und war da irgendwie gesammelt und hat es auch nicht komisch gestunken und war jetzt auch nicht weiter schlimm irgendwie und die scheiße wenn die gebrannt hat hat gut gebrannt und dann haben die so handgemachte nullen darüber gekocht und das hat man gegessen und das war eigentlich alles die nicht lecker ich habe mir auch am morgens dann mit einer kleinen schüssel so ein bisschen frische jagdmilch erbettelt das war nicht der kommt nicht so viel raus aus seinem jack also das würde ich vielleicht nicht noch mal machen ich hätte gedacht da kommt wie aus einer kuh wieder mehrere liter raus so da kommt viel voll wenig raus aber andere geschichte aber teilt mit scheiße macht man feuer ja manchmal auch geld habe ich auch schon erlebt gut ich würde sagen wir sind jetzt bei scheiße angekommen das ist unser stichwort diesen podcast nun zu beenden ja und vielen dank liebe zeitreisende fürs reisen in der zeit und bis zum nächsten mal wenn es wieder ist wenn wieder zeit ist zum zeitreisen und zum schluss sind wir noch mal luis und steffen danke fürs zuhören wenn euch die folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat könnt ihr uns einen großen gefallen tun ruft uns doch bitte an unter der 030 814 55 339 das ist unser anrufbeantworter da gehen wir nicht persönlich an ihr könnt uns dort eine nachricht hinterlassen bitte sagt an wenn ihr nicht direkt in der folge von uns eingespielt werden möchtet ansonsten könnt ihr auch info etwa 100 die eine mail schreiben aber 030 814 55 339 bitte anrufen weiter könnt ihr uns unterstützen wenn ihr wollt unter patreon paypal flatter amazon wunschliste und auf honig oder bewertet uns auf itunes vielen dank fürs zuhören